Nun kommt die Übung Gesten erfinden und nachmachen in vier Variationen. Die erste Variante wird vom Spieler, vom Spielleiter und vom Helfer geführt. Die erste Variante wird vom Spieler, vom Spielleiter und vom Spielleiter und vom Spielleiter. Nun führt jeder Spieler selbstständig eine Geste ein, die die anderen nachmachen. Die anderen nachmachen, die die anderen nachmachen. In der dritten Variation kommt zur Geste ein Laut, ein Wort oder ein Satz. Oh Gott, immer du! Oh Gott, immer du! Da kommt mir! Da kommt mir! Oh Gott, das ist so schlimm! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Nun kommt ein Namensspiel, in dem jeder Spieler seinen Namen sagt und mit dem ersten Buchstaben des Namens eine Bewegung und einen Begriff verbindet. Lisbeth wie Laufen. Lisbeth wie Laufen. Jan wie Jubel. Jan wie Jubel. Jan wie Jubel. Andreas wie Alba. Andreas wie Alba. Sonja wie Sonne. Sonja wie Sonne. Janina wie Jagua. Janina wie Jagua. Johannes wie Jagen. Johannes wie Jagen. Johannes wie Jagen. Janina wie Jagen. Janina wie Jagen. Janina wie Jagen. Janina. Janina wie J weighted. Janina wie Jagen. Janina wie Jagen. Janinawa�ивать.